Verdammte, 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 die sucht doch lieber deine Lieben voran, die Onkel und Tannen. Vielleicht können die dir ein bisschen Kohle schneller, das sind noch die, die am meisten verzeihen. Eigentlich ist doch klar, du bist nie allein. Ich glaub, es ist ein Wunder, so wird es geschehen. Und zieht mich nix mehr runter, ich werd schon überstehen. Ich glaub, es ist ein Wunder, so wird es geschehen. Und zieht mich nix mehr runter, ich werd schon überstehen. Erzähl mir lieber mal, wie geht's denn sonst? Vergiss kurz dein Konto, deine Träume, dein Weg, deine Ziele, die Familie und die Liebe. Du weißt, das Leben ist manchmal nicht fair. Selbst ein Kühlschrank fühlt sich einsam und leer. Alles wird gut, ich weiß es genau. Ich glaub, es ist ein Wunder, so wird es geschehen. Und zieht mich nix mehr runter, ich werd schon überstehen. Ich glaub, es ist ein Wunder, so wird es geschehen. Weil zieht mich nix mehr runter, ich werd schon überstehen. Ganz vielen Menschen geht's schlechter als wir. Und ein Fall ist ein Luxusproblem. Wenn ich ganz fässig glaubste, außer fünf, dann gibt es einfach Wunder gesehen. Komm und langsam, gib alles langsam. Der Axel am Fasso. Ein kleines Papier, so! Ich dachte, der Überlassungs-Effekt wird bei mir nur, aber der schafft es so! Demo's Cruyff! Das haben wir noch nicht gemacht! Wir kommen zu einer weiteren Gruppe, eine gute Animation, die macht's immer wieder gerne. Und zwar ist es so, dass dieses Lied, wer noch nicht... Wer war schon mal auf dem Konzert von uns? Wer war noch nicht auf dem Konzert? Und die anderen? Also, wir fangen mal mit Schnipsen an. Schnipsen vielleicht? Machen wir das Publikum alleine, bitte! 5.000 Leute! Ja? Schön! Ich hab' mal als Animation-Animateur im Obito-Club gearbeitet. Bitte nehmen Sie die Schwimmudel unter den linken Arm. Schnicken Sie mit dem rechten Arm weiter. Wiener Wilf, ich hab' keine Ordnung, es ist gut, aber was ich wär' normal! Wenn Sie uns bemügt, werden Sie mit der Lippen 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 패terschrift-Drumh enfants verpricht! Ich bin jetzt wirklich ein Blatt! Ich bin jetzt der Blatt nicht! Der Blatt nicht nur zugegeben! Das ist ein Blatt nicht nur für die Lippen. Ich bin jetzt eines Mantens und zugegeben! Jungs nicht! Ich bin jetzt der Blatt nicht! Andreas Wunderer der Orte! Wir haben bis 22 Uhr gemietet. Da wird jede Zeit ausgemacht. Ich bin mit einem großartigen, wunderschönen, tollen Lied aufgewachsen, was mich immer wieder aufheitert, wenn ich mal traurig bin, was ganz selten der Fall ist mittlerweile. Und da ist ein Lied aus meiner Kindheit, vielleicht kennt ihr das noch, die Leute schon mal am Konzert waren, kennt es vielleicht, der Text ist sehr anspruchsvoll, aber ihr schafft es. Ja? Ja! Uh, 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 uh. Uh, 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 uh Oh, be happy. There's a little song I wrote, you might want to sing it, but not for not, but don't worry. Go, 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 go! Be happy. Might in your life you have some trouble, but if you worry you make it up, but don't worry. Amor! Be happy, dissonant love, I'm so right. So um, don't worry, be happy. Put another lead. And I sing, hey, what's going on? And I sing, hey, 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 what's going on? And he sing, hey, hey, what's going on? So, wir teilen das Publikum. Links seid die Who's, rechts die A's. Das ist immer sehr schön, das ist ein ganz toller Publikumseffekt. Wo Sie mitnehmen können. Kannst Sie mich für eine Zeit entscheiden, bitte. Das geht alles von deiner Zeit ab. Wenn Ihr Hust zu leise schickt, hackt Ihr ab gleich. Achtung, Haze. Als Publikum alleine zur Kontrolle. Hey, what's going on? Pull it! Hey, what's going on? Hey, so let's go. Ich glaub, es sei dein Wunder und so, dass du siehst und siehst mich nix mehr runter, ich will schon überstehen. Ich glaub, es sei dein Wunder und so, dass du siehst und siehst mich nix mehr runter, ich will schon überstehen. Vorsicht, Axel, Vorsicht, Achtung, jetzt kommt ein Dramatisch. Danke, Axel. Vielen Dank. Vielen Dank.